Willkommen zum dritten und letzten Teil Outlast Visual Blower. Ich wünsche euch viel Spaß. Do you have a bullet? Das ist ein bisschen schwer. Ich werde dich auf und zeig dich auf. Ich werde dich auf und zeig dir. Wie komme ich hier raus? Ich möchte bitte umgehen. Oh jetzt. Kann ich da auch rein? Oh, das sieht schmerzhaft aus. Ok, ich suche eigentlich nur noch mal Batterie. Batterie sind die besten Freunde eines Grooves. Warum ist das so ne ätzende Musik? Muss ich mich beeilen? Hat sie irgendwo ne Batterie? Ah, hallo, hallo, nimmst du die bitte? Hä? Mach ich hell? Ich weiß, wie ich hell mach! Wieso nimmt er die nicht? Gnulis! Ah, jetzt. Das hat sich alles ein bisschen geändert. Ey, Gnu-Fan, das musst du mit den Mods besprechen, da kann ich nichts zu sagen. Lautstärke ist nämlich in Ordnung, ne? Da dachte ich... Machen sie's, machen sie's. Ich muss ihn schnell retten. Ich hasse die Musik. Oh Gott, Leute, ich hasse es. Ah, nein! Hau ab! Hilfe, wohin? Er bringt mich um! Nein! Er wird tot. Er wird tot. Hilfe! Knulis! Hallo an alle! Hör auf! Oh, hi, Leute! Darf ich das filmen? Komm! Komm, befreien unsere Therapie-Session! Hier. Ich brauche die Platte. Geh rund mit meinem Freund hier. Lass ein bisschen röd auf deinen Händen. Ich muss mich... Erhrlich gestehen, ich hab ein bisschen Hunger... Es ist gut. Es ist gut. Okay, ich glaube, der sticht mich sonst ab. Ich gehe jetzt schnell. Bitte lass mich raus. Könnt ihr mich bitte rauslassen? Ich glaube, der ändert gleich seine Meinung. Ich habe gar keine Wahl. Okay, doch. Okay. Alles gut, alles gut. Oh, Leute. Warum wolltet ihr, dass ich das Spiel schon wieder spiele? Verdammt. Oh Mann, du Arsch. Nein. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts, verdammt. Hilfe. Hilfe, es ist zu hell und zu dunkel. Ich höre, ich sehe nichts. Sorry Leute, wir lagen jetzt im Funkgerät im Gefängnis. Was soll, was soll ich wissen, wo das ist, Mann? Ich würde mich bitte wieder eine Batterie haben. Ganz eventuell bitte noch viel zur Laubendruckung. Er steht auch gestanden, ich habe es genau gehört, Leute. Er steht da neben mir. Das ist ein schlechter Jump-Scare, ich habe es genau gehört. Das ist wie so ein Beagle, der eigentlich nur darauf wartet, ein Fressenwechsel ist. Danke für eure Anfeuerungsküfte, Glulis, aber ihr habt mich in diese Richtung. Ich habe die Serie gebrascht. Hallo? Ich glaube, dass ein Geist in der Nähe ist. Ja, wenn du Doktor bist, dann drücke ich da noch drauf. Ja, das ist Mist. Werde ich doch. Ich brauche ein neues Video für YouTube. Ich brauche auch Klicks. Ja, noch ein bisschen. Ja, noch ein bisschen. Ja, super, jetzt wird es entmonetarisiert. Du musstest es wieder übertreiben. Verdammt. Du musstest mich da verstecken. Oh nein, Leute, fängt das wieder an. Was ist denn das? Ich weiß auch nicht. Ihr seid schuld. Ihr wolltet, dass ich das spiele. Jetzt tut mal nicht so viel. Kleine. Eine-belangte Putz. Nein. Das ist dann super. Oh Gott. Ist der eine Batterie zufällig dabei? Ist der Tod denn? Ich glaube, hier ist was. War's? Oh Gott, der kommt direkt hier. Lass mich. Nein. Lauf. Geoffogypowers. Oh Gott, ich bin tot. Deswegen hat die Kacke gespeichert. Ich weiß genau, warum das gespeichert ist. Mann, die machen alles wieder zu. Wohin? Wohin? Ah, hier. Ja. Könnt ihr mal aufhören, alles durchzudrehen und zu rennen, Mann. Ich bin doch gerade erst angekommen. Verflucht. Weiß nicht, wo ich hin soll. Darf ich mal bitte ankommen? Und so ein Shit. Batterie. Heute nur über Twitch, ja. Weil das, was ich heute spiele, ist ein bisschen zu heiß. Wollt ihr, dass ich lesen? Wollt ihr, dass ich meine Zeit lesen? Mit ischgescheht. Dass ich auf ihn strecke. Gucken Sie, ob eine Batterie bleiben... Wie war es denn? Mann, ey! degli Lacken keiner zwei, weil das rechts also ein Rolloın hat, Wie war es denn? Ich habe die Elemente auch schön und es gefällt einem, ja, aber natürlich, das soll ja eigentlich recht sein. Hallo Monster Trooper! Na die Batterie, ich wusste es doch! Das Spiel durchspielen, bestimmt irgendwo, oder? Ja, klar. Ich kenne es Sie! Das ist die Grabenkarte. Na, dann ist es warm. Oh, eine Batterie, oder? Ja, ein Hinweis, ein Hinweis! Ja, mit dem Sie ja! Ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier. Ja, das ist ein bisschen von meinem Zähn, dass er eine Spinne ist. Ich habe schon ein paar Wasser, die ich jetzt. Wieder. Ich gucke schon wieder. Boah. Da läuft jemand. Okay. Okay. Das war's dann auch, bis bald.